so da war wieder und jetzt sagt und das ist ich bin ziemlich erkelt und sie aber ich habe das okay für euch ich werde nicht so viel reden Was eigentlich gut ist für mich? Naja, genau. Und wir sind hier... Hier... Irgendwo... Hier ziemlich viele Wachen. Das ist philosophisch. ...weiter und weiter, wie das Rad des Lebens. Du ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Wenn Sie es sagen, Sir... Denken Sie dran, sagt Mark. Sie müssen sich weiter drehen. Es würde in Ihrer Akte schlecht aussehen, wenn die Fabrik still steht, ausgerechnet Ihr Ziel der Wache. Hier hat es Sir... Okay, also... Irgendwie... Ähm... Ist der ein sehr philosophischer Typ. Der... Sehr philosophisch ist. Oder? Wie mache ich das denn da? ... Was macht jetzt das? Ah die sind überfchissen. Nämlich. 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 Was macht jetzt das? Schoco. Schocken. Schocken. Kugeln. Ich hab das nicht im Moment. ich will mal gut weil der da die siebliche Leidung steht und was so wer sag's denn da fliegt doch ach du scheiße, was ist das? was ist das? diese Dinger spucken irgendwie zurück was ist das? naja darunter geh ich nicht naja das war doch ganz einfach aber keiner sieht mich ganz unverdichtbar so ok ja da ist das ein bisschen das ist ein bisschen in dem ich überhaupt nicht wissen will was das ist 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 Interessant. Gibt mir... Das ist wahre Taktik und das Licht läuft glaub ich. Ja. Ja, das ist ja mal. 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 Äh... Ja, ja... Oh, das ist ja... Na ja... Da... Ok. Da ist er genau. Warte, da bin ich. Gesundheit, das wäre jetzt hier. Ok, jetzt haben wir schon die Hilfe gebracht. Die Frage ist nur, ob sie Hilfe von mir oder vor mir braucht. Wo war die? Ok, das machen wir. Man könnte die Tür öffnen. Ok, ich werde Mühe geben. Oh, sie räumen von mir selber fest. Bitte kümmern Sie sich um die Ratten! Jaja, du willst dich mal rein. Oh, schade. Was ist hier so tot? Ah! Ah! Ah, das ist voll traurig so schlau. Das will ich nicht. Ich will die eigentlich retten. Egal, was habe ich da wieder gemacht hier. Also, ich weiß nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das war das, was ich. Aber ich werde nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr schnell. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Egal So irgendwie könnte ich jetzt nicht mehr gehen Da ist die Frau wieder Mach ich Und So weit ich verliehen mit Kranaten Bitte hören Sie damit auf Ich weiß nicht ob Sie das machen sollten Ja Oder auch nicht Also ich mach es jetzt einfach langsam Halten Sie irgendwie die Ratten von mir fern damit ich raus kann Da Keine Ratten mehr da Da ist ein Klammer auf der Wand Bitte kümmern Sie sich Oh Gott jetzt beruhig dich doch ich hab mich doch schon um die Ratten gekümmert Danke für die Hilfe Ja Ich dachte ich wär sicher Oh Gott Schlipp Okay Aber da waren Ratten So viele Ratten Das ganze Lagerhaus verseucht Ich weiß dass manche Leute nicht an sowas glauben Aber ich schwöre Die Ratten kamen nachdem ein Mann hier durchgegangen ist Und ein Amulett umhergeschwemmt hat Es sah aus wie aus Knochen Aber ich bin ein Knochen Aber ich bin ein Knochen Aber ich bin ein Knochen So wie alle anderen von mir Ja Ja Ich weiß Ich hab das eigentlich doch schon umgegangen Oh Gott geht aber auch umgelegen Oh Gott geht aber auch umgelegen Ah Okay Das war tatsächlich nicht zu sagen Aber warum so nicht Gehen wir mal zum Ich will das System da Ach Entschuldigung Das ist nicht so, dass wir hier sind, aber es ist nicht so, dass wir hier sind, aber es ist nicht so, dass wir hier sind. Ich habe mich nur gewundert, der Sockerlauf war eine Mache. Ich habe mich nur gewundert, der Sockerlauf war eine Mache. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Ich gehe direkt über die Tür der Straße. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert, ich habe mich nur gewundert. Geh, 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 geh. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nice! Was ist das? Ja Ja Wir mussten die seltene Toll-Type daher in der Ruhrstadt. Wir mussten die seltene Toll-Type daher in der Ruhrstadt. Was Test-Subjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Charakteristisch. Versorgungen nach zu urteilen. Bitte lassen Sie mich gehen. Ah, sind Sie wach? Wie viel? Wie soll ich denn hinführen? Vielen Dank. Wer immer Sie sind, erhielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Okay. Du bist. Test-Subjekt 312. Er ist hier drin. Ist ja richtig. Sokolow 4. Exzellente Fortschritte. Test Subjekt 312 verfällt rapide. Wie vorhergesagt, sorgen die Formeln 12 und 17 als Gabe in einer Mischung zu einem extrem beschleunigten Krankheitsverlauf. Interessanterweise ist die Atemwegsschleimhaut befanden. Der Ausschlag brachte Pustel vor. Graue, um genau zu sein. Sie platzen auf, bluten und sind schmerzhaft. Meine Hoffnung ruft auf Formel 25 in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was Test Subjekt 312 angeht, sollte es in den nächsten Morgenstunden tot sein. Den charakteristischen Hautverschaufungen nach zu urteilen. Okay, weiter. Das wollte ich doch jetzt irgendwie nicht, aber... Okay. 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 Ich glaube, es ist nur noch bei mir, wenn ich die Inflation habe. Ich bin wirklich schön. Das war's für heute. Was ist das für ein Wunsch? Was ist das für ein Wunsch? Okay, ich sehe den Wunsch. Okay, ich sehe den Wunsch. Okay, wir sehen den Wunsch. Das ist der Wunsch. Das ist der Wunsch. Das ist der Wunsch. Das ist der Wunsch. Was geht das für Sie? Ok, ich verpässe mich mal wieder. Hab ich so das heiße Gefühl. Ja, das ist alles. Ok. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Befahlerung. Ich würde sagen, ich höre da mal wieder auf. Eine wichtige Frage. Und ich würde sagen, das war einfach so gestört. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wir schleppen diesen Kerl hier durch die Stadt. Klick doch mal. Genau, also bis dann. Und aus.